Schön, dass du da bist. Ich bin Cora, willkommen zu dieser Meditation mit mir. Oft vergessen wir unsere eigene Magie, das Wunder, das wir sind und die Wunder, die vor uns kamen. Ich lade dich ein auf eine Reise aus dem Mikro in das Makro. Die dir hilft, dich zu erinnern an alles, was war, ist und noch kommen mag. Lass meine Stimme dein Anker sein und lasse dich ganz ein auf diese Reise in dich selbst und ins Universum. Im Innen wie im Außen. Komm in einen für dich bequemen Sitz. Schließe deine Augen und lass deinen Atem ganz entspannt fließen. Richte dich gerade auf und schaffe Raum für deine Wirbelsäule. Schaffe Raum. Lass deine Schultern weich und schwer sein. Weich und schwer. Lockere deinen Kiefer und löse deine Zunge von deinem Gaumen. Löse deine Zunge. Nimm mal alles wahr, wie es jetzt gerade ist. Jetzt in diesem Moment. Spüre dein Gewicht, das dich erdet. Schlage Wurzeln. Spüre deinen Atem, der fließt ein und aus. Sei jetzt hier. Jetzt in diesem Moment. Beginne mit deinem Atem tiefer zu werden und füll deine Lunge beim Einatmen vollständig und lass beim Ausatmen alle Luft entweichen. Und mit jedem Atemzug gibst du etwas mehr Verantwortung ab. und sinkst ein bisschen tiefer in seine eigene Energie. Lass los. Sitze und atme. Sitze und atme. Sitze und atme. Und während du hier sitzt und atmest, stell dir vor, du stehst an einem Strand. Es ist Nacht und die Sterne funkeln am schwarzen Firmament. Der Mond scheint hell wie eine Disco-Kugel und seine Fußspuren verlaufen sich im Sand. Alles ist still. So still. Seit jeher, noch vor Menschengedenken, sieht es hier so aus. Das Wasser und der Sand unter deinen Füßen, zeitlos und ewig für immer. Dies ist ein Ort der Entstehung. Alles, was einen Körper ausmacht, jedes Element, unter deinen Füßen, Sternenstaub. Über dir, Milliarden von Lichtjahren entfernt, dasselbe. Ein Strand aus Sternenstaub spiegelt das Universum. Kannst du die Zeit hier spüren? Wer stand vor dir an diesem Ort des Urknalls? Die Fußspuren verlaufen sich im Sand. Vergrößere sein Blickfeld. Vergrößere sein Blickfeld. Ein Atom in seiner Urzelle. Die erste Zelle, aus der du entstanden wirst. Alles, was du brauchst, ist in ihr enthalten. Alles ist da. Spüre seine Urzelle in dir, wie eine Energiezelle. Vielleicht spürst du ihre Energie mit einem Strahlen oder einem Licht. Lass sie alle anderen Zellen mit dieser Energie anstecken. Bis dein ganzer Körper in Energie erstrahlt und du dich hier an diesem Strand in der Nacht mit funkelnden Sternen wieder findest. Der Mond scheint hell wie eine Diskokugel und seine Fußspuren verlaufen sich im Sternenstaub. Du bist das Atom. Die Zelle. Die Zelle. Die Energie. Der Körper. Das Universum. Im Atom. Der Zelle. Der Energie. Des Körpers. Im Universum. Du bist. Du bist. Ich bin. Du bist. Ich bin. Du bist. Die Zelle. Die Zelle. Die Energie. Der Körper. Das Universum. Das Universum. Im Atom. Der Zelle. Der Energie. Des Körpers. Im Universum. Der Energie. Des Körpers. Des Körpers. Und dann komm langsam mit seiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme ganz tief ein. Beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Und dann bring deine Handflächen zueinander Sanjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir meditiert hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020